Wenn wir eine Ibaratat machen, das heißt eine gottesdünnische Tat, dann ist die immer von zwei Faktoren abhängig. Die erste ist, dass sie für Allah geschieht. Der Prophet a.s.w. sagte was? Er sagte, Und für jeden gebührt das, was er beabsichtigt hat. Das heißt, wenn deine Absicht nicht für Allah ist, dann wird die Tat abgelehnt. Deswegen möge Allah uns heute Ikhlas geben, dass ich gekommen bin, dass ihr gekommen seid, dass wir diese Sache für Allah machen. Und die zweite Bedingung ist, dass man es so macht, wie der Prophet a.s.w. gezeigt hat. Und der Prophet a.s.w. der hat an vielen Stellen vor Bidda gewarnt in seinem Leben. Warum? Das, was der Prophet a.s.w. sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern das, was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Hier haben wir zwei Arten von Offenbarung. Welche ist das? Einmal der Koran, einmal die Sunnah. Die Sunnah ist auch eine Offenbarung von Allah. Assalamu alaikum. Aber was ist der Beweis dafür, dass die Sunnah eine Offenbarung ist? Allah sagt im Koran an einer Stelle, wir haben zu dir das Kitab und die Hikmah herabgesandt. Was ist die Hikmah? Hier sagt ihm der Schäfer, ja, Rahimallah. Hikmah ist die Sunnah. Und er sagt, Und er lehrt ihnen das Buch und die Hikmah. Das heißt, die Hikmah ist auch eine Art von Offenbarung. Und der Imam Suyuti, der erklärt den Unterschied zwischen der Offenbarung. Was den Koran angeht, so ist diese Offenbarung das Wort Allahs. Das heißt, der Prophet spricht das, was Allah Jibril gesagt hat und was Jibril dem Propheten a.s. eingeht. Und wenn wir ihn vorlesen, so folgt der Vorlesung. Und dann obliegt uns die Verdeutlichung dieser Sache. Wie wird der Koran verdeutlicht? Erstmal Koran durch Koran. Beispielsweise Verse, wie zum Beispiel Allah sagt im Koran, sagt er, Beim Sama und im Tariq. Dann sagt er, Weißt du, was der Tariq ist? Dann sagt er, Das heißt, ein hellaufleuchtender Stern. Das heißt, hier erklärt Allah den Koran. An-Najm-Ut-Tariq ist die Erklärung von Al-Tariq. Ja, beispielsweise. Es gibt sehr viele Beispiele in diesem Bereich. Und die Sunna erklärt den Koran. Was ist der Beweis dafür? Allah sagt in der Sura 16, Vers 44. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen erklärst, was zu ihnen herabgesandt wurde. So, Imam Suyuti sagt, die Offenbarung der Sunna ist was? Dass Jibril zu Propheten, a.s.w. kommt und sagt ihm beispielsweise, Verbiete deiner Oma für die Männer Gold. Und dann sagt der Prophet mit seinen eigenen Worten, zum Beispiel, Das Gold ist für die Männer meiner Oma verboten, für die Frauen halal. Im Falle von Schweinefleisch ist Jibril nicht gekommen und hat gesagt, Verbiete deiner Oma Schweinefleisch. Und der Prophet sagt dann, ja, Mr. Muslim, ja, ey und mu'minun, Schweinefleisch ist verboten, sondern er kommt zu ihm und gibt ihm die Worte, legt ihm sie sozusagen von Allah in den Mund. Verboten ist euch das Tote, das Blut und das Schweinefleisch. Als Beispiel. Damit man das versteht. Das heißt, wenn wir eine Tat machen, machen wir sie für Allah. Inschallah, möge Allah in sich las geben. Und so wie der Prophet, a.s.w. gemacht hat. Ich habe gesagt, der Prophet hat immer vor Bidda gewarnt. Wenn der Prophet vor Bidda gewarnt hat, und wir haben gesagt, dass diese Warnung eine Offenbarung ist. Von wem ist die? Von Gott. Wusste Gott, dass Bidda passiert oder nicht? Natürlich. Hätte der Prophet vor Bidda gewarnt, es passiert keine Bidda, dann wäre diese Warnung Quatsch. Deswegen, manche Leute, die machen jede Bidda. Frag sie mal, nenn mir mal eine Bidda. Da können sie dir meistens keine nennen. Du sagst, ja, Entschuldigung, warum hat der Prophet, a.s.w. eigentlich vor Bidda gewarnt? Das dazu. Das heißt, wenn wir eine gottesländische Tat machen, dann machen wir sie so, wie der Prophet, a.s.w. gemacht hat. Und das ist ein Zeichen von einem Gläubigen, dass er versucht, alles so zu machen, wie der Gesandte Allah, a.s.w. gemacht hat. Und dafür kriegt der großen Ejr. Imam Shafi, rahmahullah, sagt, dass die Wissenssuche die beste freiwillige Tat ist. Die beste freiwillige Tat. Al-Hassan al-Basr, der geht sogar weiter, das ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Warum? Weil diese Religion fängt mit Wissen an. Was sagt der erste Wort vom Koran? Ikra. Lies. Für den Propheten rezitiere, für uns lies. Informiere dich. Es fängt mit Wissen an. Allah sagt im Koran. Fa'alam ennahu la ila illa Allah was darfili dhambik. Wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dann bitte um Vergebung für deine Sünden. Deswegen sagt Imam Bukhari in Bussahir al-Bukhari. Babun, also ein Kapitel. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Deswegen wollen wir uns informieren, wie hat der Prophet a.s.w. die Hatsch gemacht. Wenn du jetzt mit jemandem redest, über irgendeine Tat, erklär mir das Gebet, dann sag zu ihm, erklär mir, wie der Prophet Muhammad a.s.w. das Gebet gemacht hat. Damit er nachforscht. Weil wir wollen nachforschen, zu den Büchern gehen. Weißt du, was du dafür für einen Ajat kriegst, um eine Sunna wiederzubeleben? Subhanallah. Und hier wird überliefert erstmal, wir haben letztes Mal über Ikhram geredet. Den Ikhram, was man trägt und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, dass man Talbiyah macht. La bayg Allahuma la bayg, la bayg ala sharika laka la bayg, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Und dass die Sahaba ihre Stimmen erhoben haben, sodass sie sogar heiser geworden sind nach kurzer Zeit. Wann wird man jetzt sagen, wenn du fliegst im Flugzeug, du kommst dann in Jidda an? Erstmal, ich gebe auch einige Tipps am Rande, wenn jemand zu Hatsch fliegen will. Weil der Unterricht ist nicht nur für die Leute, die jetzt zu Hatsch fahren, sondern der ist auch dazu da, damit wir etwas von der Religion verstehen. Damit wir weiterkommen. Weil anhand der Hatsch lernen wir, wie sind die Gelehrten herangegangen. Der Prophet kommt in Jidda, also, der kommt nicht in Jidda an, klar, im Flugzeug geht ja nicht. Jedenfalls, wenn du jetzt in Jidda ankommst mit dem Flugzeug, meistens ist es so, dass dort richtig Stress ist. Es ist viel los, viele Turbulenzen. Weil du musst dir vorstellen, da kommen tausende Menschen am selben Tag. Mit Gepäck, Abfertigung, Visa, Probleme und so weiter und so fort. Deswegen, man muss sich immer psychologisch vorbereiten. Wenn du zu Hatsch fährst, bereite dich psychologisch auf Probleme vor. Das ist genau wie beim Boxkampf früher, da wusste ich, man geht in den Boxkampf rein, okay, soll jetzt keiner boxen gehen, aber ich meine das als Beispiel. Und du stellst dir von vornherein einen harten Kampf vor. Warum? Weil wenn du dir denkst, der ist eine besondere Luftpumpe, der Gegner, wenn es dann schwer wird, fällt er dir schwer. Aber so sagt es dir von vornherein, du bist voll konzentriert. Deswegen, stell dich auf Probleme ein, weil dann bist du nachher relaxed. Sagst du, ja, war klar, haben wir das. Und wisse, das ist die Probe in der Hatsch. Weil in der Hatsch geht es nicht nur um Bewegung, Aleykum Salam. In der Hatsch geht es nicht nur um Bewegung oder um Aussprache. In der Hatsch geht es auch um Saber. Und das ist vielleicht die wichtigste Sache bei der Hatsch, dass deine Hatsch angenommen wird. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Ja? Sagt er, sagt Allah im Koran, kein Jidaal in der Hatsch. Und manche Leute, die sind sich am streiten. Ja, Jidaal, so Streitgespräche und solche Sachen. Fangen an zu schimpfen. Sind die Leute am beleidigen. Ja? Und deswegen, warum? Weil die, die schaffen es nicht, weil die überlastet sind. Deswegen auch, ihr habt sicherlich schon mal gemerkt, was die Hatsch angeht, es gibt immer dieses falsche Verständnis. Wenn ich mal alt bin, dann fahre ich zur Hatsch. Nein. Achhi, sobald, Allah sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَعْ إِلَيْهِ سَبِيلَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ Das heißt, für Allah obliegt es den Menschen, die Hatsch zum Haus zu machen. Wenn er kann. Das heißt, sobald du kannst, ist Pflicht für dich. Wenn du stirbst in dem Zustand, du kannst es machen, bist du sündig. Weil du konntest gehen. Wir haben schon darüber geredet, wann du gehen musst. Jetzt, die meisten Leute, die denken, sie warten so lange. Die sind am Berechnen. Wisst ihr, warum die länger warten wollen? Weil die sagen, wenn man zu Hatsch wird, werden den Schaler andere Sünden vergeben. Das heißt, dann zürge ich es lieber lang raus, da habe ich nicht mehr lange zu leben, da kann ich nicht mehr viele Sünden machen. Guck mal, achi, normalerweise fährst du zur Hatsch, dass dein Iman hochgeht. Damit du danach sowieso keine Sünden machst. Damit du dich veränderst. Es gibt auch dieses Binnenmärchen, wenn du auf die Hatsch gefahren bist. Guck mal, der Satan, wie der versucht, die Menschen kaputt zu machen. Wie der Gedanken in die Oma reinbringt. Ich habe schon gehört, wenn du zur Hatsch gefahren bist, danach zählen alle Sünden doppelt, die du gemacht hast. Marshal, du hast eine gute Tat gemacht. Der Lohn dafür ist, dass dann alle deine Sünden doppelt zählen. Das ist doch totaler Unsinn. Nein. Sondern du musst versuchen, sowieso immer keine Sünde zu machen. Aber wie hältst du dich von Sünden fern, indem dein Iman hochgeht? Wie geht dein Iman hoch? Mit guten Taten? Das heißt, wenn du zur Hatsch gehst, das ist die Tankstelle für den Iman, damit du zurückkommst und besser wirst. Und besser wirst. Deswegen, Alhamdulillah, die Leute, oder leider, die Leute, die denken, sie könnten das lange hinauszögern, die haben eine Einstellung im Herzen, die krank ist. Die falsch ist. Die falsch ist, weil sie denken, ich will Gott noch nicht voll dienen. Später. Sage jetzt. Wer weiß, ob du morgen stirbst. Und meistens, wenn diese Leute dann später zur Hatsch fahren, sie können keine angenommenen Hatsch kriegen. Weil du kriegst keine Sündenvergebung, nur wenn du zur Hatsch fährst. Sondern wenn die Hatsch mal Brühe ist, von Birr, guter Hatsch ist. Aber, wie willst du diesen Sabar kriegen, und möge Allah einen Sabar geben, dass du dort diese Strapazen überstehst? Ach ja, da kommen Menschen, die keine Zivilisation haben teilweise. Die treten dir auf die Füße. Die schubsen deine Frau weg. Ach ja, da kommen Leute, die sind wie die Wilden. Wie willst du da die Nerven behalten? Dass du da keinen beschimpfst. Der tritt dir auf den Fuß. Ja, manchmal denkst du dir auch wirklich immer, dem musst du mal Bescheid sagen, der tickt doch nicht sauber. Ja, weil du denkst dir einfach, das kann doch nicht sein, die brauchen mal ein bisschen Terbiya, die brauchen mal Erziehung. Ja, ach, es ist so. Glaub es mir, ich war einmal bei der Hatsch, da sind halt Leute, Bruder, die haben das nicht beigebracht bekommen. Du musst dir vorstellen, bei den Steine werfen, beim ersten Tag ist es total voll, danach, die nächsten Tage ist es leer. Und ich war oben gewesen, es gibt mehrere Etagen beim Steine werfen und ich stehe dort, es ist weit und breit kein Mensch. Weit und breit, weit und breit keiner und ich stehe mit dem Steine werfen. Auf einmal kommen da so zwei angelaufen. Bumm, die laufen mich voll um. Da ist weit und breit, da ist, verstehst du, da ist so, als wenn du hier bist. So, als wenn ich jetzt hier stehe, so, da steht einer, da steht einer, ist nichts los. Aber die laufen nicht um. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Siehst du, und da muss man die Ruhe bewahren. Aber wie willst du die Ruhe bewahren, wenn du dein Iman nicht jetzt stärkst? Außerdem, was ist besser, wenn du am jüngsten Tag kommst, warst du einmal bei der Hatsch oder warst du zehnmal bei der Hatsch? Die erste Hatsch ist Pflicht, die zweite ist Sunnah. Alhamdulillah, was sagt der Prophet, was sagt der Prophet, was Allah sagt? Der Diener kommt mir mit nichts näher, was mir lieber ist, als was? Als das, was ihm zur Pflicht gemacht hat. Und dann macht er weiter mit Nawafil, bis ich ihn liebe. Willst du, was Allah dich liebt? Dann fahr mehrmals dorthin. Jedenfalls, wir machen die Telbiyah. Man macht weiter die Telbiyah, man kann die immer weitermachen, auch die Frauen. Hier gibt es natürlich die Meinungsverschiene, dann macht die Frau die Telbiyah laut oder leise, das haben wir letztes Mal erklärt. Wo man auf der sicheren Seite ist, weil es gibt eigentlich einen Befehl vom Propheten, dass man die Telbiyah laut machen soll. Es gibt eine Regel im Usul-Fuq, dass alle Befehle und alle Verbote, die für Frauen sind, auch für Männer gelten. Oder die für Männer sind, auch für Frauen gelten. Außer, es gibt einen Beweis für das Gegenteil. Aber die meisten Gelehrte haben gesagt, die Frau soll die Stimme leise machen. Aber wie man das umgehen kann, ist, sie macht das vielleicht so, für sich, dass die Nachbarin hört. Und wenn sie jetzt zum Beispiel mal alleine ist, wo keiner ist, dann kann sie die Stimme einmal erheben. Dann ist sie auf der sicheren Seite, sie ist dem Befehl vom Propheten gefolgt, dass man die Stimme hören soll, also dass sie die Stimme erheben soll. Aber sie hat das dann so gemacht, dass das eventuell jetzt keiner gehört hat. So kann man das vorgehen. Wie gesagt, das habe ich letztes Mal breit und deutlich erklärt. Die Telbiyah machst du jetzt weiter. Bis wann? Es wird überliefert, dass der Prophet die Telbiyah gemacht hat, bis er die Häuser von Mekka gesehen hat. So, jetzt wirst du überlegen. Die Häuser von Mekka. Mekka ist heute viel größer geworden. Das heißt, heute siehst du die Häuser von Mekka viel früher. Und deswegen sagen andere, man kann es auch machen, bis man die Mesjid al-Haram sieht. Das heißt, überlasse ich dir. Mach dir keine Kopfschmerzen, entweder bis Mekka, bis du Mekka siehst, oder bis du die Mesjid al-Haram siehst, die Mesjid von Mekka siehst. Diese zwei Versionen. Dann hört man auf mit der Telbiyah. Das heißt, es ist falsch, im Tawaf Telbiyah zu machen. Manche machen das. Die gehen auf den Tawaf. Oder nach dem Tawaf machen sie auch noch weiter. Nein, ist falsch. Sobald der Prophet, a.s.w. die Mesjid al-Haram gesehen hat, sobald er die Häuser von Mekka gesehen hat, hat er aufgehört. Okay? Sobald er die Häuser von Mekka gesehen hat, hat er aufgehört. Mit der Telbiyah. Jetzt geht man in die Mesjid al-Haram rein. Manche sagen, man geht am besten durch das Tor rein, wo der Prophet, a.s.w. reingegangen ist. Um ihm genau zu folgen. Es ist aber so, dass viele Leute das versuchen, und dass es dann manchmal zu Gedränge kommt, was vielleicht zu Problemen führen kann. Vielleicht störst du Leute, vielleicht tust du jemandem weh. Deswegen soll man gucken. Weil was ist besser, eine Sunna-Tat zu machen und dabei einen Haram zu machen? Oder besser, die Sunna-Tat zu lassen und keinen Haram zu machen? Besser, man lässt die Sunna. Aber wie gesagt, man kann das versuchen. Hier wird gesagt, dass er durch Babu Salam gegangen ist. Manche sagen auch Babu Bani Sheba. Ja? Babu Salam. Dass das das Tor ist, wo der Prophet, a.s.w. durchgegangen ist. Früher ist das Babu Bani Sheba und heute ist es Babu Salam. So wird es gesagt. So habe ich es gelesen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dort ist er reingegangen. So, wenn man in die Moschee reingeht, was sagt man? Man sagt, Ich suche Zuflucht bei einem Gewalt in Gott. Ich habe es eben gesagt. Auf einmal habe ich es vergessen. Manchmal hat man die gesagt, Auzubillahi l'Azim. Wabi him. Nee, Sultanul Qadim kommt auch. Auzubillahi l'Azim. Wajil Karim. Jazakallah. Und bei seinem edlen Gesicht war Sultanul Qadim, das heißt die alte Vollmacht, war Sultanul Qadim, minna shaitan al-rajim. Vor dem verfruchten Satan. Dann sagst du Bismillah, Allahumma salli, dann sagst du Bismillah, Allahumma f'tahli abwab rahmatik, Allahumma f'tahli abwab rahmatik, wabfirli z'nubi. Und vergib mir meine Sünde. Öffne mir die Tore, die Tore deiner Barmherzigkeit und vergib mir meine Sünde. Und dann gehst du mit dem rechten Fuß zuerst rein. Jetzt, wenn man die Kaaba sieht, wird überliefert von Umar, dass er die Hände gehoben hat. Was hat er gesagt? Allahumma sallam, minka sallam, fahayyina rabbana bis salam. Und andere Überlieferung? Tabarrakta, yavel jalei valikram. Du gibst die Hände und sagst diese Doha. Jetzt geht man direkt zum Hajar al-Aswat. Jetzt kommt die Tawaf. Tawaf hat sieben Bedingungen. Sieben Bedingungen hat Tawaf. Warum sage ich die Bedingungen als erstes? Wenn man diese Bedingungen nicht hat, ist Tawaf ungültig. Tawaf ungültig. Erste Bedingung, du musst Niyah haben. Niyah für Tawaf. Und die muss sein für die speziellen Tawaf, weil es gibt mehrere Tawaf, die du machst. Du machst Tawaf ul-Kudum, wenn du kommst. Du machst Tawaf ul-Fifada, wenn du von Arafat oder von Mina gekommen bist. Das heißt, danach auf der Hatsch. Also Tawaf ul-Kudum ist, wenn du nach Mekka angekommen bist. Tawaf ul-Ifada ist, wenn du in Arafat gewesen bist, zurückkommst. Und Tawaf ul-Wada' wenn du Mekka verlässt. Das heißt, du musst die Dua haben für die spezielle, für das spezielle Tawaf. Und dann machst du Nawaf ul-Tawaf. Zum Beispiel die ganze Zeit, wenn du da bist in Mekka, machst du Nawaf ul-Tawaf. Macht man auf Nawaf ul-Za'i. Sa'i ist zwischen Safa und Marwa. Ich sage diesen Fehler direkt, weil es gibt viele, die machen Sa'i zwischen Safa und Marwa. Das ist wieder das, was wir eben gesagt haben. Das ist nicht das, was der Prophet gemacht hat. Der Prophet, a.s.w. hat Sa'i nur für Hatsch und Umrah gemacht. Keine anderen Sa'i. Das heißt, Sa'i einfach so, aber wenn du in die Moschee reinkommst, Meschul Haram, sollst du normalerweise erstmal Tawaf machen. Es sei denn, du hast keine Zeit, wolltest du nur das Pflichtgebet beten. Aber normalerweise soll man erstmal Tawaf machen. Erstmal Tawaf. Okay? Das heißt, das ist immer ein freiwilliges Tawaf, aber Sa'i zwischen Safa und Marwa gibt es nur bei Hatsch und Umrah. Nur bei Hatsch und Umrah. Bei nichts anderem. Nicht einfach nur, wenn du jetzt in Mekka bist, machst du freiwilliges Sa'i. Gibt es nicht. Das heißt, derjenige, der das macht, der kriegt nur Blasen an den Füßen, sonst nichts. Der kriegt nur Blasen an den Füßen und hat eine Bidda reingebracht. Weil ich kann auch nicht auf der Straße gehen und sage einfach, oh ja, ich nehme jetzt ein paar Handeln, dann laufe ich über die Straße und es ist anstrengend, kriege ich Adjab. Nein. Sondern wir haben gesagt, was? Nur das, was der Prophet gezeigt hat. Ja. Men amila amalen leysa alayhi amruna fahurat. Wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt. Was gibt es für Arten von Befehl? Zwei Arten von Befehl. Befehl für Wujub, für Verpflichtung. Was ist Verpflichtung? Wenn du sie machst, wirst du belohnt. Wenn du sie nicht machst, wirst du bestraft. Oder bist du sündig. Und Befehl für Istihbäb, für erwünscht sein. Das heißt, wenn du es machst, wirst du belohnt. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Oder kriegst du keine Sünde aufgeschrieben. Okay? Zwei Arten von Befehl. Der Prophet, a.s.w. hat keinen Sa'i außerhalb von Hajj und Umrah gemacht. Deswegen ist es falsch, das zu machen. So. Man fängt an. Man fängt an mit der ersten Runde. Es gibt natürlich immer einige Meinungsverschiedenheiten. Das ist die Version. Und wichtig ist, man fängt vom Hajj al-Aswad an. Das heißt, wenn hier in der Kabal Hajj al-Aswad steht, ja, dann fängt man von hier an. Entweder man geht dorthin, das ist das Beste. Wenn man hingeht und den Stein küßt. Warum küssen wir den Stein? Weil wir den Stein lieben? Oder weil der Prophet, a.s.w. das gemacht hat. Nicht, weil der Stein den nützen kann. Umrahman al-Khattab radiallahu anhu hat gesagt, inni li'alamu inna ka hajarun. La tadurru wa la tanf'a. Walau la enni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuk. Und hätte ich dir nicht gesehen, wie der Prophet a.s.w. dich geküsst hat, ich hätte dich niemals geküsst. Ich hätte dich nicht geküsst. Das heißt, man küsst den Stein, sagt Bismillah Allah akbar. Und was man auch noch machen kann ist, das wird überliefert in einigen, dass man ein Zujud auf dem Hajar al-Aswad macht. Ein Zujud auf dem Hajar al-Aswad. So, jetzt kommt man hoch. Dann dreht man sich zur Seite. Denn beim Tawaf die nächste Bedingung, wir haben gesagt, die erste Bedingung ist Nia. Die Nia muss stimmen. Wenn du beispielsweise einfach, du gehst einfach drei Runden um die Kabe, um dir die Kabe anzugucken, sagst du, ach ja, jetzt bin ich schon drei Runden gegangen, dann kann ich schon noch vier Runden gehen, dann habe ich einen Tawaf gemacht, gilt nicht. Ja, so. Jetzt, du hast das gemacht mit dem Küssen. Das ist mir la l'Aqwa. Küss den Stein, ja. Und dann machst du Zujud. Muss nicht unbedingt sein. Ja, aber so. Dann drehst du dich um. Jetzt hier ist der Hajar al-Aswad. Und du gehst sieben Runden mit der linken Schulter zur Kaaba. Sieben Runden mit der linken Schulter zur Kaaba. So. Was einige Leute Fehler machen, ist, Bruder, ich zeige das mal. Schau mal hier. Was einige Leute für Fehler machen ist, ja, sie fangen dann an, sich zu unterhalten, ach ja, hör mal, Bruder, komm mal, komm mal, und dann gehen sie in diese Zeit. Verstehst du? Sie sind beispielsweise hier, sind sie dann mit jemandem unterhalten, man darf sich während dem Tawaf unterhalten, aber sollte man natürlich nicht machen, weil das ist ein Ort, wo du Zikr und Dua machst, ja, und du verschenkst ja deine Zeit, wo du Hassanat bekommst, wenn du einfach nur am Sabbeln bist. Der Prophet, a.s. hat gesagt, Tawaf ist ein Gebet, aber Allah hat das Reden darin erlaubt. Das sollte natürlich nur zum Notwendig sein, aber manche sind nur am Labern da drin, ja, das ist natürlich nicht das richtige Verhalten. So, und die sind dann zum Beispiel so, hey Bruder, komm doch mal, ja, komm, komm, ja, so, in dieser Zeit hat er einen Meter vom Tawaf seine linke Schulter, nicht zum, nicht zum schwarzen Stein gehabt. Das heißt, dieser Meter ist ungültig. Verstehst du, der muss so gehen, der muss die ganze Zeit mit der linken Schulter die Runde um die Kaba drehen. Natürlich, wenn man mal ein bisschen so ist oder ein bisschen so, aber ja, weißt du, manche, die drehen sich, hey, aber wo gehen wir hin, hallo, hey, was machst du überhaupt? Ja, komm, komm, schieß es, ach, ist falsch, deswegen, da muss man auf, wirklich, das ist eine sehr wichtige Sache, ich habe das auch in einem Schärfeffektbuch gelesen, um das Tussalik, dass man darauf achtet, so, du gehst dann rum, so, du machst also, so, das war das Erste, wenn du den Stein küsst beziehungsweise den Schuh drauf machst, dann, wenn du das nicht kannst, sagst du, und küsst die Stelle. Wenn du das nicht kannst, kannst du auch mit einem Regenschirm machen oder mit einem Stock und küsst diesen Stock. Wird alles überliefert. Wenn du das nicht kannst, dann zeigst du von Weitem. Bismillah Allah Akbar. Aber küsst nicht. Was nicht überliefert, was der Prophet küsst hat. Guck mal, so genau versuchen wir zu sein. Manche sagen, ja man küsst. Manche Leute stehen dort so. Wie als wenn sie den König am Begrüßen sind. Und sagen dreimal, Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah Akbar. Jetzt gehst du, du hast das erste Mal gemacht, jetzt gehst du die Runde um die Kaaba. Die ganze Zeit über machst du Dua, Koran lesen, Dikr. Jetzt kommst du am Rukun Yamani an. Das heißt, das ist ja wie ein Viereck, fast nur, dass dieser Hajj al-Ismail ist. Die erste Ecke ist Hajj al-Aswad. Dann kommt die zweite Ecke. Dritte Ecke, die vierte Ecke. Das heißt, bevor du wieder zum schwarzen Stein, Hajj al-Aswad kommst, ist Rukun Yamani. Wenn du Rukun Yamani dran kommst, was machst du dann? Berührst du den. Manche sagen, man sagt Allah Akbar. Aber das Korrekteste ist eigentlich, wenn man genau an den Text geht, dass man nicht Allah Akbar, sondern nur berührt. Was macht man dann? Man geht weiter. Was sagt man dann? Zwischen Rukun Yamani und zwischen Hajj al-Aswad wird diese Dua überliefert. Aber nicht diesen Zusatz. Manche fangen dann noch an. Wird nicht überliefert. Bleiben wir dort, wo der Prophet gezeigt hat. Der Prophet hat gezeigt, Das ist das Beste. Du kannst auch nicht beim Gebet, wenn du Suth al-Fatiha liest, kannst du auch nicht sagen, okay, jetzt mache ich noch drei Strophen mehr. Okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, dass es auch im Koranfest ist. Aber trotz alledem, das Beste ist immer, genau so zu machen wie der Prophet. Du sagst auch nicht so. Subhanallah, walhamdulillah, walayla, illallah, walallahu akbar. Wenn du Takbir machst. Sondern du sagst, Allahu akbar, weil das hat der Prophet gemacht. Okay, jetzt geht man weiter. Was macht man für Dua, während man geht? Manche sagen, in der ersten Runde machst du diese Dua, in der zweiten Runde machst du diese Dua, in der dritten Runde. Und die sind dich voll darauf und konzentrieren. Bruder, mach am besten vom Herzen. Es gibt keine überlieferte Dua in dem Tawaf, außer zwischen Rukun, Yaman und Hajj al-Aswad. Dann gibt es noch eine Dua, die überliefert wird. dass wenn man anfängt, dass man sagt, Rabbana, Bismillah, imanen, bika, wa tasdiken, bi kitabika, wa ufan bi ahdika, wa iktidam, bi sunnatin nebika, und so weiter. Diese Dua sind bei Haqi, aber die meisten Gelehrten sagen, das ist nicht authentisch. Ja? Deswegen nicht mit Sachen beschäftigen, weil du musst dir vorstellen, das Wichtigste ist, dass bei der Dua dein Herz anwesend ist. Egal, ob du das auf Chinesisch Dua machst, auf Russisch Dua machst, wichtig ist, dass das vom Herzen kommt. Dass du Allah, diesen Khushu hast vor Allah. Ja? Und da, wo überliefert wird, Rabbana, atina, fidunia, asana, afil akhirat, asana, qina, adabana. Dass du dem Propheten folgst. Aber ansonsten, weil die Leute geben dir Heftchen. Hier, in der ersten Runde machst du diese Dua, in der zweiten Runde machst du, und die Leute, ihr müsst euch vorstellen, sind dann in Angst. Oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Du hast keinen Fehler gemacht. Erstmal, selbst wenn du Tawaf machen würdest, du machst gar keine Dua. Du gehst einfach nur. Was ist dann? Deine Hatsch zählt. Dein Tawaf zählt. Tawaf, das um die andere. So jetzt, wir kommen also jetzt vom Rukeniameni wieder zurück. Ja? Rukeniameni war was? Die Ecke vor? Hajal Aswat, vor dem Hatschenschwein. So jetzt komme ich wieder am schwarzen Stein an. Was mache ich jetzt? Ja? Wenn ich küssen kann, küssen. Aber hier muss man etwas verstehen. Überlegt mal. Da ist oft in der Hatschzeit riesen Gedränge. Frauen sind da drin. Ja, die wollen da an den schwarzen Stein. Ja? Und sind nicht mit den Männern am Kloppen und die wollen unbedingt da dran. Was ist denn schwarzen Stein zu küssen? Sunnah. Selbst wenn du die Hand nicht heben würdest, ist auch, dein Tawaf ist okay. Das ist nicht von Sihal, ja? So. Diese Frau, die geht jetzt da rein, die macht sich nur sündig. Die macht 100 Sünden und eine Sunnah tat. Was ist besser? Besser wäre gewesen, die wäre gar nicht da reingegangen. Der Mann, der geht rein, der ist nicht am Schlagen, der ist mit Frauen am Drücken. Ja, dann ist es besser, in so einer Situation wegzubleiben. Vielleicht verletzt man jemanden, aber es ist besser, eine Sunnah zu lassen, anstatt in den Haram reinzufallen. Aber wie gesagt, man kann gucken, dass man Zeiten findet, wo wenig Leute da sind. Diese Zeiten sind zum Beispiel meistens nach dem Zuhr-Gebet. Weil nach dem Zuhr-Gebet auch am Ende der Hatsch, vor allem, weil nach dem ersten Tag fahren viele Inlandspilger wieder weg. Dann ist es oft, weil es dann heiß wird, dann gehen viele nach Hause und schlafen nach dem Zuhr-Gebet und dann wird es etwas leerer. So, wenn ich jetzt wieder am Hajj al-Aswad vorbeikomme, was mache ich dann? Dann dreht man sich um. Dann dreht man sich um. Dann dreht man sich um.